An apple a day keeps the doctor away. Also ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Also der Apfel ist wirklich was sehr gesundes. Es hat mein deutscher Arzt sozusagen eine kleine Studie dazu gemacht in Eigenregie. Eine ganz günstige, sehr deutliche Studie, die zeigt, super gesund einen Apfel am Tag zu essen. Interessiert nur die Pharmaindustrie nicht, weil die interessiert sich ja nur für die Dinge, die sie patentieren kann, aus denen sie Geld machen kann. Also hat der Apfel nicht so einen großen Rückhalt in der Ärzteschaft. Also bei den Ärzten schon, bei Medizinern weniger. Die Mediziner, Mediziniker machen, was die Pharmaindustrie ihnen sagt. Die sind eigentlich zum Büttel der Pharmaindustrie geworden, wenn man es hart sagen will. Was sehr schade ist. Auch für die Seelen dieser Mediziner. Ein Arzt würde es schon eher empfehlen. Ja, also klar, wenn ich pflanzlich vollwertige Peace Food empfehle, ist der Apfel eindeutig dabei. Und ich würde auch raten, wieder die alten Äpfel anzubauen und zu essen. Tamangar sind es unsere Hauptäpfel. Wir haben überhaupt keine Golden Delicious oder sowas. Oder Granny Smith. Im Endeffekt Äpfel, die nach was schmecken, nicht diesen Einheitsgeschmack haben. Da wäre vieles dran und vieles gut dabei. Allerdings gibt es natürlich immer auch das Schattenprinzip. Du kannst auch das falsch machen. Ich hatte mal einen Patienten, der hat genau diesen Satz von seiner Heilpraktikerin mitbekommen. Und er hat dem genau, ist dem gefolgt. Er hat eine Kiste Bio-Äpfel neben seinem Bett gestellt und hat jeden Abend vorm Einschlafen noch einen Apfel gegessen. Und ein Jahr später war sein Gebiss ruiniert. Das geht natürlich nicht. Nach dem Zähneputzen sozusagen noch Äpfel zu essen, einen Apfel zu essen, wenn du dann entsprechende Zahnstände hast. Und da bleibt immer was hängen von dem Apfel. Und das jeden Abend mit der Säure, die dabei ist. Dann ist es ruinös für dein Gebiss. Das macht den Apfel nicht schlecht. Nur der Rat war ein schlechter Rat. Das müsste diese Heilpraktikerin wissen, habe ich ihm auch gesagt. Er möge das zurückmelden. So geht das nicht. Aber wenn du einen rohen Apfel vor dem Essen isst, wunderbar. Das ist auch noch so ein Tipp. Ich würde immer raten, das rohe zuerst und das gut kauen. Und dann erst, wenn überhaupt, die Kochkost. Also Rohkost hat schon was. Hat am meisten Vitamine natürlich drin. Und sekundäre Pflanzenstoffe werden da natürlich, wenn es roh ist, nicht zerstört. Aber du musst immer schauen, wie viel Rohkost verträgst du. So viel wie möglich ist gut. Und was ist notwendig an Wärme? Du musst dich auch wohlig warm nach dem Essen fühlen. Also einen Winter in Österreich kann ich nicht mit Rohkost durchstehen. Kann ich schon, aber dann friere ich die ganze Zeit. Das möchte ich ja nicht. Also nur schauen, wer bist du? Was brauchst du wirklich? Und Äpfel sind für uns alle gut. Also jeden Tag ein Apfel. Ist nicht verkehrt. Auch zwei. Sondern wunderbar für deine Gesundheit. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt.